Was geht ab ihr Maschinen? Herzlich Willkommen zu diesem Video von mir. Ein Beginner Guide, ein Neustarter Guide könnte man auch sagen. Ihr habt euch das gewünscht, ich nehme jetzt mal die Zeit und möchte mal ein bisschen für euch ins Detail gehen und euch zeigen wie man nach einer langen Pause, vielleicht sogar 10 Jahre mal wieder zurück in dieses Spiel starten kann mit möglichst wenig Fehlern, mit möglichst wenig Geldinvestitionen und so schnell wie möglich dabei voranzukommen. Ganz wichtig, das wird ein allgemeiner Guide sein. Ich werde also nicht speziell auf die einzelnen Rassen eingehen, Krieger, Ninjasura, Shami, was auch immer. Das wird alles allgemein gehalten, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Dieses Video würde sonst bestimmt 5 bis 10 Stunden lang werden. Ich werde versuchen es so kurz und knapp wie möglich für euch zu halten, damit ihr euch da nicht ein 10 Stunden Video angucken müsst und fit seid, um durchzustarten. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch vergessen hatte. Ihr werdet diesen Guide auch so gut wie jedem offiziellen Server anwenden können, aber ich werde mich ganz speziell auf diesen Server Emerald beziehen. Ich werde auf viele Dinge eingehen, die echt nur diesen Server hier betreffen. Ganz einfach, weil das für mich persönlich und auch für die allermeisten anderen Spieler der Server mit dem größten Potenzial ist. Genauer werde ich gleich darauf eingehen. Gut, wir fangen ganz von vorne an. Ihr habt gerade ein YouTube Video von mir gesehen, vielleicht auch ein TikTok Video, ein Livestream, was auch immer. Habt natürlich meinen Link benutzt, weil ihr mich supporten wollt. Vielen Dank dafür. Und dann seid ihr gerade am überlegen, ja, auf welchem Server soll ich denn jetzt anfangen? Es gibt so viele verschiedene. Und wir werden jetzt mal der Reihe nach ein paar Server durchgehen. Wir fangen ganz oben an bei dem Server Emerald. Das ist der Server, auf dem ich momentan aktiv bin. Das ist der Server, den ich gerade angesprochen habe. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Spezial-Server, ein internationaler Server, kein pur deutscher Server. Der Server ist am 19. August 2023 online gegangen. Ja, sind jetzt gerade mal zwei Monate, ist noch ein sehr, sehr frischer Server. Der Server ist der vollste, mit Abstand. Er hat die wenigsten Botter und, wie der Name schon sagt, Spezial, gibt es hier ganz viele spezielle Dinge, die echt nur diesen Server exklusiv betreffen. Dafür ist er kostenpflichtig. 5,99 Euro müsst ihr im Monat bezahlen, um auf diesem Server spielen zu können. Dafür habt ihr erhöhte XP-Boni, Young-Boni, Drop-Raten, viele, viele Events, einen kostenlosen Battle Pass und so weiter und so fort. Darauf werde ich nochmal später etwas genauer eingehen. Das ist der Server mit dem größten Potenzial. Das ist der Server, den ich persönlich euch empfehlen würde. Welchen ihr euch aussucht, ist euch selbst überlassen. Wer diese 5,99 Euro im Monat investieren möchte, fangt auf diesem Server an. Der wird auch am längsten überleben, mit Sicherheit. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft von Metin 2. Gut, jetzt gehen wir mal nach ganz unten. Hier seht ihr deutsche Flaggen, pur deutsche Server, Germania, Teutonia. Teutonia, mein alter Main-Server, für den ich knapp zwei Jahre lang geworben habe. Immer alle Leute dorthin geholt habe. Ist ein schöner Server. Alleine schon, weil er pur deutsch ist, finde ich den cool. Ist ein ganz, 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 ganz alter Server. Reicht fast bis zu Moscha-Zeiten zurück. Genauso wie Germania. Die zwei Server haben an sich, sind die fast identisch. Bis auf, dass Germania dort ist, Tote Hose. Ein sehr, sehr leerer Server, während Teutonia noch relativ gut gefüllt ist. Aber Teutonia verliert momentan seinen Hype. Erstens sehr viele Botter, was den Neustart extrem schwer macht. Und zu guter Letzt auch noch drittens der Server Emerald. Viele Spieler von Teutonia wechseln nun dorthin rüber, nehmen den Hype mit. Der Server wird leer. Ja, irgendwann mal werden diese zwei Server fusioniert. Wer kostenlos spielen möchte, kein Geld investieren möchte, kann auf Teutonia anfangen. Ansonsten, wie gesagt, fangt lieber auf Emerald an. Europe, ein internationaler Server. Kann ich euch nicht viel dazu sagen. Wie ich weiß, ist er relativ tot. Asrael ist geschlossen. Hier könnt ihr euch keinen Account mehr erstellen. Können wir also gleich vergessen. Tiger Ghost ist auch ein Spezial-Server. Hier könnt ihr nur anfangen mit einem Influencer-Code, den ihr unter anderem von mir bekommt. Per Discord-Privatnachricht schicke ich euch einen Code, dann könnt ihr hier anfangen. Hier sind auch etwas weniger Botter, dadurch, dass man einen Code braucht, um sich zu registrieren. Und die ganzen Content-Creator-Influencer passen auf, dass sie nicht jedem unendlich viele Codes geben, der dann anfängt, auf dem Server zu botten. So, Ruby, auch ein kostenpflichtiger Server. Ruby, könnte man sagen, ist Emerald in nicht ganz so cool. Ist nicht so voll wie Emerald. Dort muss man einmalig bezahlen. Ich glaube, zwischen 20 und 25 Euro muss man pro Account bezahlen, um hier spielen zu können. Nicht das Abo-Modell wie Emerald, wo du monatlich bezahlst, sondern hier einmalig. Aber dafür hat der Server Emerald einfach mehr zu bieten. Hyperia können wir komplett ausblenden. Sorry für alle, die auf Hyperia spielen, aber der Server ist einfach total. Total Schrott. Es gibt so gut wie niemanden, der dort spielt. Macht nicht diesen Fehler, der Server ist grottenschlecht und sehr, sehr leer. Hat kein Potenzial. Gut, soviel dazu. Jetzt habt ihr euch entschieden, welchen Server ihr auswählt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten auf Emerald anfangen werden und wir machen dort gleich weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll ich mir für einen Charm machen? Ganz wichtig, wenn du Bock hast auf einen Schamanen, auf einen Ninja, was auch immer, spielst du einen Schamanen, Ninja, Surakrieger. Mach das, worauf du Bock hast. Mach das, was dir Spaß macht. Du sollst Spaß an diesem Spiel haben. Das soll eine Ablenkung sein. Das ist ja nicht irgendwie dein Hauptberuf oder so. Aber wenn du den einfachsten Weg gehen möchtest, dann erstellst du dir, so wie ich, entweder einen Waffensucher oder einen Körperkrieger. Das sind die zwei Klassen, die am häufigsten gespielt werden. Dort gibt es am meisten EQ auf dem Markt. Musst du dir nicht so viel selber erstellen. Und sowohl PvM als auch PvP sind die Allrounder. Ups, mein Mikrofon ist fast weggeflogen. Man kann sie immer spielen. Kann man nichts falsch machen. Die anderen Klassen sind ein bisschen teurer. Für Ninjas, Shamis, Lykaner, was auch immer, gibt es nicht so viel EQ. Wenn ihr euch einen Krieger, einen Surer erstellt, könnt ihr nicht viel falsch machen. Wenn ihr euch aber einen Farmer erstellen wollt, einen Low-Level-Farmer, Map1-Farmer, Map2-Farmer, OTM-Farmer vielleicht, dann macht euch lieber einen Körperkrieger. Vielleicht aber auch einen Lykaner. Der schlägt sehr, sehr schnell. Nur da ist das EQ dann wieder teurer. Ich würde euch vorschlagen, als Farmer immer einen Körperkrieger machen. Dann haut ihr die Mähdienst in ein paar Sekunden weg. Gut, ihr habt euch gerade zum allerersten Mal eingeloggt. Was ist das Erste, was ihr macht? Ihr geht auf Quests, Spielmissionen und dann holt ihr euch erstmal eure Jungheldenwaffe ab. Alle 10 Level bekommt ihr eine Jungheldenwaffe. Die ist top, die macht super viel Schaden. Ich würde euch gerne eine zeigen, aber ich habe gerade keine mehr. Die hält 15 Tage. Ihr holt euch die ab. Benutzt sie erstmal, bis ihr die nächsten 10 Level erreicht habt. Angenommen Level 10, dann holt ihr euch die 10er Jungheldenwaffe ab. Level 20, holt ihr euch die 20er Jungheldenwaffe ab und so weiter und so fort. Ihr habt eine super Waffe. Ihr braucht euch also nicht von Tag 1 an direkt die Gedanken machen. Oh Gott, VMS-Rec, wo kriege ich die her? Muss ich jetzt drei Wochen lang VMS-Rec-Farmen? Nein, entspannt euch, ihr habt eine Jungheldenwaffe, die ist top. Fertig, die könnt ihr benutzen. Damit könnt ihr ganz entspannt leveln, farmen und so weiter. Kommen wir zu den Statuspunkten, damit ihr da auch nicht viel falsch macht. Es gibt viele Leute, die einfach immer wieder davon ausgehen, dass jeder ein Vollpro ist, dass jeder direkt mit Plusneuner EQ rein startet. Nein, machen die meisten eben nicht. Nicht direkt auf den Schadenstatus gehen. Beim Sura ist es jetzt Int, beim Krieger wäre es zum Beispiel Stärke. Ihr müsst am Anfang viele Punkte auf Vitalität setzen, denn erhöht TP und Verteidigung. Am Anfang habt ihr kein TP, ihr habt keine Verteidigung, ihr habt Gornischt. Ihr habt eine Jungheldenwaffe, die genug Schaden macht. Damit könnt ihr die Map 1 Mobs easy wegkloppen. Ihr braucht TP. Am Anfang skillt ihr so viele Punkte auf TP, bis ihr locker stehen könnt und euch die Mobs nicht wegkloppen. Das ist wichtig. Danach gleicht ihr das aus, Vitalität und euer Schadenstatus, je nachdem was für eine Rasse ihr spielt, gleicht ihr ungefähr aus, dass die auf der gleichen Höhe sind. Und da müsst ihr eben immer mal gucken, mache ich gerade zu wenig Schaden oder kriege ich zu wenig Schaden. Je nachdem, mehr auf den defensiven Statuspunkt oder mehr auf den offensiven Statuspunkt. Gut, ganz wichtig, ihr braucht erstmal 5000 Yang. Hier sind viele Spieler, ihr rennt einfach rum, ihr schreibt mal, hat jemand 5000 Yang. Ihr sucht euch irgendeinen Typen, der nett aussieht, schreibt dem eine PN, hast du mal 5000 Yang. Was auch immer, ich bin neu, gib mir die mal bitte. Die meisten werden euch die geben, ansonsten könnt ihr mich anschreiben, wenn ich in der Gegend bin, gebe ich euch gerne eine kleine Starthilfe. Ihr braucht das Geld, denn danach geht es auf den Bazar, ihr braucht 5000 Yang. Shops stehen nicht mehr Map 1, die stehen auf dem Bazar, auf der Handelsmap, könnte man sagen. Hier kommt ihr her, denn hier werdet ihr immer in wenigen Minuten sehr viel auf dem Boden finden. Ihr seht direkt, zack, eine rosafarbene Kleidung plus 6, die würde mir nicht super viel Yang bringen, aber am Anfang ist das eben etwas. Manchmal findet ihr hier auch Waffen plus 6 oder so, die ihr bei der Gemischtwarenhändlerin verkaufen könnt. Wir sehen direkt, zack, habe ich 6000 Yang in der Tasche und für einen Neustart ist das schon eine Menge. Ihr rennt hier einfach mal ein kleines bisschen durch den Bazar, hebt auf, verkauft bei der Gemischtwarenhändlerin, sodass ihr ein bisschen Geld habt und euch schon mal Helm, Schild, Rüstung und so weiter vielleicht auf plus 4 bis plus 6 upen könnt, sodass ihr direkt starten könnt, Map 1 leveln könnt, vielleicht ein paar Mähdienst wegklatschen könnt, wenn ihr was findet und so weiter. Für diejenigen von euch, die ein bisschen Geld am Anfang investieren wollen, immer wieder diese Standardfrage, was soll ich denn überhaupt reinstecken? Das, was ihr immer braucht, standardmäßig, ist der Diebeshandschuh. Am besten direkt 30 Tage lang ein Diebeshandschuh, ein XP-Ring, davon würde ich euch abraten, den braucht ihr nicht, der ist viel zu teuer, viel zu teuer und am Anfang werdet ihr sowieso nicht auf Kampf leveln, sondern ihr geht das Ganze langsam, langsam an. Darauf werde ich später noch ein bisschen genauer eingehen. Und ganz wichtig natürlich, ein Reittier. Da kann man nie was falsch machen, wenn ihr ein Reittier habt, denn ihr rennt am Anfang sehr, sehr langsam, das ist ekelhaft. Geht ihr auf Steel, Mounds und dann holt ihr euch entweder zum Farmen den Blueberry, weil er euch stark gegen Monster und TP gibt, oder ihr holt euch hier diesen Panzer, Panda, wenn ihr schnell sein wollt. Wer richtig Richie Rich ist, kann sich auch beide holen. Den einen zum Laufen, seid ihr schnell unterwegs und den anderen eben zum Leveln, Farmen, was auch immer. Gut, ihr seid auf dem Bazar gewesen, habt ein bisschen Yang gegeiert, vielleicht hat auch irgendjemand euch eine kleine Starthilfe gegeben, ich oder irgendwer anders, aber ihr habt jetzt erstmal genug Yang, sodass ihr direkt zum Rüstungshändler sprinten könnt und euch natürlich erstmal Helm, Schild, Rüstung auf, sagen wir mal, plus 4 ab, ganz unkompliziert und dann könnt ihr auch schon losstarten. Wichtiger Punkt, den ich auch noch vergessen habe, es gibt Lehrlingstruhen, ich meine, am Anfang heißen sie Lehrlingstruhen, die bekommen dann einen anderen Namen, auch die könnt ihr alle 10 Level öffnen, da sind wertvolle Dinge drin, die euch weiterhelfen. Grüne Tränke, violette Tränke, ein Pony, so ein Appalooza heißt das Ding, glaube ich, zum Reiten, damit ihr ein bisschen schneller vorankommt, ein Autopod, Tapferkeitsummenge und so weiter, die Lehrlingstruhen immer schön öffnen, coole Sachen sind da drin, wird euch auf jeden Fall helfen. Immer dran denken, sobald ihr könnt, macht ihr die auf. Gut, ihr levelt ein bisschen durch, am Anfang bei den kleinen Mobs, dies und das, nichts Besonderes, dann habt ihr Level 5 erreicht, geht natürlich zurück zur Lehre, sucht euch die Lehre aus, die ihr haben wollt, bei mir wäre es jetzt die Waffenlehre, Waffensucher und dann levelt ihr erstmal bis Level 30, fertig. Nichts anderes, kein Wenn und Aber, einfach auf Level 30 leveln, ihr müsst da durch. Ihr haut erstmal ein paar Mobs weg, bis ihr sagen wir mal Level 15 erreicht habt, dann habt ihr vielleicht wieder ein bisschen euer IQ hoch auf Plus 6, dann geht es rüber in Map 2 oder ihr könnt auch noch die weißen Eids hier an der Seite kurz wegkloppen, ist auch gar kein Thema, die geben euch viel XP und sind leicht wegzuhauen, die mutlosen euren Jungen oder sowas zum Beispiel, mit ein paar Schlägen kriegt ihr die down mit der Jungheldenwaffe, mit dem Reittier vor allem und könnt dort schnell leveln. Ja, währenddessen immer schön viel auf Vitalität, ein paar Mal auf den offensiven Statuspunkt, EQ hoch, up und dann geht es Map 2, dort wird weitergelevelt. Am Anfang müsst ihr so schnell wie möglich auf Level 30. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den Quests? Die Quests könnt ihr erstmal alle ignorieren. Die sind nicht so wichtig. Das einzige, was ihr machen könnt, sind die Bio-Quests vielleicht, damit ihr ein paar Kleinigkeiten hier bekommt. Ja, normalerweise solltet ihr euch die schon geabt haben, aber falls nicht, bekommt ihr hier, ich meine, eine Rüstung, einen Helm, ein Schild und so vom Biologen könnt ihr diese paar Kräuter abgeben, ist auch keine große Sache, nichts Kompliziertes. Aber ansonsten ignoriert ihr die Quests und ihr levelt euch erstmal auf Level 30. Ich möchte euch auch gar nicht anlügen, auf Level 30 leveln ist wirklich am Anfang sehr, sehr nervig. Macht keinen Spaß, zieht sich unnötig in die Länge, aber es muss eben sein, ihr müsst da durch. Ihr kriegt das hin in kurzer Zeit und danach wird es ein bisschen entspannter. Sobald ihr level 30 erreicht habt, kommt ihr hierher zum Alchemisten. Macht des Drachenauges, das ist die Alchemie. Das werdet ihr aktivieren und der Alchemist wird erstmal euer bester Freund. An ihm werdet ihr sehr viel Geld machen. Ihr habt level 30 erreicht, aktiviert die Quest. Dann müsst ihr einmal Monster in eurem Levelbereich töten. Ihr rennt wieder Map 2 rüber, tötet so lange Monster, bis ihr 10 Drachensplitter habt. Wenn ihr die 10 Drachensplitter habt, kommt ihr zurück zum Alchemisten, gebt die ab und dann könnt ihr noch 4 mal diese Quest machen. Ihr könnt die 5 mal am Tag machen. 5 mal habe ich jetzt. Einmal habt ihr dann gemacht, also könnt ihr noch 4 mal. Und dann, nachdem ihr es einmal gemacht habt, wandeln sich die Drachensteinsplitter automatisch in Kors um, die ihr öffnet. Die dann roh sein werden und durch Zufall bekommt ihr dann hier verschiedene. Außerdem ganz wichtig, ihr besorgt euch eine Pferdemedaille. Ganz wichtig, auch wenn ihr einen Mount habt, wie ich zum Beispiel. Ganz wichtig, ihr müsst es machen. Macht die Pferdequest. Kauft euch eine Pferdemedaille auf dem Bazar, die kostet nicht so viel. Fragt vielleicht irgendjemanden, ob er euch eine geben kann. Eventuell auch ich. Kein Weltuntergang. Macht die Pferdequest, dann habt ihr euer Pony. Ab Level 25 könnt ihr das machen. Ist aber alles easy, müsst ihr nicht direkt mit 25 machen. Dann könnt ihr auch mit Level 30 machen. Und dann müsst ihr jeden Tag die Pferdequest machen. Jeden Tag. Immer. So schnell wie möglich. Ganz wichtig, mit eurem Main-Char. Immer zum Stallburschen euer Pferdleveln. Genauso wichtig, jeden Tag diese Drachenstein-Alchemie, diese Quest machen. Immer. Das ist erstmal, was ihr mit eurem Main macht. Aber jetzt kommt ein nicht so spaßiger Part. Wer gut vorankommen möchte, muss das Ganze noch viermal wiederholen. Alles, was ihr eben gerade gemacht habt, macht ihr viermal nochmal. Ihr macht euch noch vier weitere Chars. Man nennt das Core-Farmer. Am besten Körperkrieger oder auch Ninjas für Autojagd. Kann man auch machen. Ich selbst bevorzuge Körperkrieger. Das hier sind meine Core-Farmer, wie ihr sehen könnt. Die müssen auch alle auf Level 30 hoch. Auch hier dasselbe. Cores-Farm. Jeden Tag. Mit jedem Char. Und dann, wenn ihr auf einem Char beispielsweise die fünf Cores fertig gemacht habt, geht ihr einfach nur zum Lager, packt die ins Lager, holt mit dem nächsten Char ab, damit die sich stacken. Dann habt ihr da irgendwann mal einen 100er Stack vielleicht. Gebt die rüber auf eurem Main und ihr öffnet die Cores nur mit dem Main. Nicht mit den Farmern selbst. Alles nur mit dem Main öffnen. Hat euer Main dann genug zusammengesammelt, könnt ihr die beim Alchemisten upen. Ganz wichtig, nur bis Antik. Nicht weiter upen. Nur bis Antik, denn ab Antik sind die handelbar oder auch im Shop verkaufbar. Und damit werdet ihr am Anfang sehr viel Geld machen. Wenn ihr mit fünf Core-Farmern durchzieht, kann ich euch garantieren, dass ihr nach einer Woche euren ersten antiken Rubin höchstwahrscheinlich habt. Und der ist 2,5 bis 3 Won wert. Das ist super viel Geld. Damit könnt ihr euch schon ein super, super gutes Anfänger-EQ zusammenstellen. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal ganz wichtig. Bis auf Antik. Der Rubin ist der wichtigste. Und dann verkaufen, EQ besorgen. Speziell auf dem Server Emerald gibt es auch die Meilensteiner. Da gehe ich jetzt nur kurz und knapp drauf ein, weil es nicht alle Server betrifft. Hier müsst ihr Meilenstein-Bosse töten. Spezielle Bosse. Nicht irgendwelche normalen Bosse, die immer da sind, wie der Affen-Boss im Affen-Dungeon. Sondern Spezial-Bosse. Dazu habe ich auch Videos gemacht. Guckt euch die einfach mal an. Wenn ihr fünf Stück getötet habt, könnt ihr euch die grünen Glückskistchen abholen. Bei zehn Stück die Welpenboxen und so weiter und so fort. Ihr bekommt also dadurch, wenn ihr das durchzieht. Und es geht auch echt schnell. Jeden Monat 15 Tage den persönlichen Premium laden. Das ist der Offline-Shop. Ihr könnt also euren Shop 24-7 geöffnet haben und müsst nicht mit eurem Char irgendwie AFK stehen, während der Shop geöffnet ist. Nein. Jeden Monat 15 Tage, also die Hälfte des Monats, habt ihr einen Premium-Shop. Das ist sehr super. Diese Sachen hier, eigene, müsst ihr selber freischalten. Diese Boni-Server schaltet ihr nicht selber frei, die schaltet der gesamte Server frei. Wenn alle Spieler auf dem Server Meilenstein-Bosse töten, geht dieser gelbe Balken ein bisschen höher. Immer, sobald die Grenze erreicht wird, schaltet sich der Bonus, der jeweilige Bonus frei. Beispielsweise minus 10% Monster-TP. Die Monster sterben viel schneller. Sobald der Balken hier oben ist, kriegen wir 20 Tage. Hier steht immer, wie lange der Bonus noch aktiv ist und wie viele Tage verlängert wird, sobald wieder der Balken erreicht wird. Unkompliziert. Ja, nach kurzer Zeit habt ihr das verstanden. Deswegen möchte ich jetzt gerade auch nicht viel, viel länger darauf eingehen. Das Video wird sonst viel zu lang. Nicht immer, aber sehr häufig, gibt es auch den Battle Pass. Hier auf dem Server Emerald habt ihr den Premium-Battle Pass automatisch freigeschaltet. Auf anderen Servern kriegt ihr nur den Gratis-Battle Pass. Hier auf Emerald bekommt ihr also mit 200 Punkten im Battle Pass direkt ein Money. Beste Reitier, was es gibt. Damit seid ihr super schnell. Was ihr dafür machen müsst, hier auf Aufgaben, selbsterklärend, durchlesen. Ihr seht, was ihr machen müsst. Alles easy. Aber ganz wichtig, beim allerersten Mal müsst ihr im Item Shop den Premium-Battle Pass kaufen. In Anführungsstrichen, der ist kostenlos. Ihr müsst ihn einmal nur anklicken, damit er aktiviert ist und dann könnt ihr die Belohnungen abholen. Gut, soviel zu den ganzen Rahmenbedingungen vom Server. Jetzt gehen wir inhaltlich im Kontext mal ein kleines bisschen weiter. Wie ich bereits erwähnt habe, ihr müsst eure 5 Core-Farmer jeden Tag machen. Es ist langweilig, ich weiß. Aber wenn ihr vorankommen wollt, müsst ihr das machen. Ihr werdet super, super viel Geld damit machen. Das ist die erste Methode. Die zweite Methode, wie ihr Geld macht, ist selbstverständlich, Metins zu farmen. Map 2 mit euren Core-Farmern. Beim Core-Farmen einfach ein paar Metins wegkloppen. Früher oder später packt ihr auch in der Wüste, OTM, im Eisland ein paar Metins. Die könnt ihr genauso wegkloppen, auf Steine plus 4 oder wertvolle FBs hoffen, die verkaufen, Kohle machen, EQ aufbauen. Und die dritte Methode, die dritte und wichtigste Methode und auch der Grund, warum ihr ebenfalls so schnell wie möglich Level 30 erreichen müsst. Hier auf dem Server Emerald zweimal die Woche gibt es das Angel-Event. Ihr braucht ein Fischereibuch aus dem Item-Shop. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne macht es nicht viel Sinn. Und ihr braucht eine Angel vom Fischer. Würmer, ihr braucht Würmer. Das war's. Dann stellt ihr euch hin, angelt. Die meisten von euch sollten das Angel-Event schon kennen. Das ist immer am Samstag von, ich meine, 12 bis 16 Uhr. Und Dienstagnacht von 0 bis Mittwoch, 12 Uhr Mittag. In der Nacht bis zum Mittag eben. Ja, zweimal die Woche. Vielleicht kann der ein oder andere an einem Tag nicht. Aber wenn ihr könnt, angelt durch. Ganz wichtig. Angelt, 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 angelt. Macht das Minispiel. Guckt euch meine Videos an. Da habe ich das auch mal ein bisschen erzählt. Ein bisschen erklärt. Ihr bekommt Fischtruhen. Die verkauft ihr. Ihr öffnet die Truhen erstmal nicht selber. Ihr verkauft die. Ihr müsst am Anfang so viel Geld wie möglich machen. Auch die FBs. Aura FB. Verzauberte Klinge FB. Und so weiter. Nicht selber lesen. Am Anfang müsst ihr die verkaufen. Ob Aura jetzt auf M1 oder M2 ist. Das macht keinen Unterschied. Verkauft die. Baut euer IQ auf. So und jetzt kommen wir einmal zum roten Faden von Metin 2. So würde ich den nennen. Es gibt eben so einen Weg, den man der Reihe nach ablaufen muss. Den machen alle. Alle machen den auf jedem Server. Ihr müsst den einmal verstanden haben. Und dann gibt es keinen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht voran. Ich habe keine Ahnung. Diese rote Linie. Ihr folgt dieser roten Linie. Und dann könnt ihr nichts falsch machen. Der Beginn, den habe ich euch gerade schon gezeigt. Ihr bleibt im Low Level Bereich. Ihr farmt. Ihr macht das Angel Event. Ihr macht die Alchemie. Nebenbei, ganz wichtig, macht ihr immer eure Pferde Quest. Und genauso wichtig, nicht vernachlässigen die Biologie Quest. Nicht geiern bei den Ork Zähnen am Anfang. Ihr verkauft die Ork Zähne nicht. Ihr gebt die beim Biologen ab. Die Biologie Quest wird später sehr, sehr wichtig sein. Und das macht ihr jetzt erstmal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr da reinsteckt, wie aktiv ihr seid. Geht es schneller oder dauert auch länger. Das macht ihr so lange, bis ihr euch standardmäßiges EQ aufgebaut habt. Sagen wir mal, was weiß ich, ein Rundschild plus sechs, eine Rüstung plus irgendwas. Nichts Besonderes. Überall einfach nur ein bisschen Dev, vielleicht minimal TP rein. Ansonsten braucht ihr nichts Großes, nichts Besonderes. Sodass ihr einfach nur so ein kleines bisschen auch mal OTM, Iceland, Wüste, ein paar Metins hauen könnt. Das sind am Anfang eure Maps. Entweder mit einem Map 1 Farmer. Map 1 Metins hauen. Map 2 Metins hauen. Wüste Metins hauen. OTM Metins hauen. Oder ein bisschen später gehen auch im Iceland die Metins. Das sind eure Maps. Nur diese. Dort haut ihr Metins. Ihr müsst immer gucken, wo sind gerade Metins. Wo ist gerade nicht so überfarmt. Dort versucht ihr Geld zu machen, aber zuallererst, wie gesagt, Core Farmer, Pferde Quest, Biologie Quest und so weiter. Wenn das durch ist, dann macht ihr euch ans Farmen und euer Main wird dann beim Farm automatisch logischerweise auch leveln. Das ist die Art, wie ihr levelt. Ihr werdet nicht am Anfang auf Krampf einfach leveln, 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 leveln. Das macht ihr nicht. Ihr bleibt im Low Level Bereich. Ihr farmt und beim Farm wird sich euer Level von selbst erhöhen. Der zweite Schritt, sobald ihr irgendwann mal genug Geld zusammenbekommen habt, durch die Alchemie, durch das Farm und so weiter, kommt Feuerdev. Ihr braucht so viel Feuerwiderstand wie möglich. Das kauft ihr euch auf dem Bazar von anderen Spielern oder ihr schreibt im Rufchat, was auch immer. Oder ihr macht euch vielleicht sogar selber Feuerdev-EQ durch die Fischtruhen. Da können nämlich Switcher, Adder rauskommen, Segenskugeln. Könnt ihr auch selber machen. Habe ich auch gemacht am Anfang, weil es eben noch nicht so viel Feuerdev-EQ gab und weil es sehr teuer war. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Es gibt genug Feuerwiderstand-EQ auf dem Bazar. Könnt ihr euch also alles auch fertig kaufen. Aber wie ihr wollt, selber machen, fertig kaufen. Ich bevorzuge immer fertig zu kaufen, weil ihr dann nicht diesen Glücksfaktor oder eher Unglücksfaktor habt und ein geringes Risiko eingeht. So, wo kann Feuerdev rein? Immer. Es ist immer dasselbe. Egal ob es Feuerdev, Winddev, Blitzdev. Immer. Helm, Rüstung, Armband. 15, 15, 15. Habt ihr schon mal 45% Widerstand. Dann gibt es spezielle Schuhe und spezielle Ketten, die entweder Feuerdev, Blitzdev und so weiter haben. Also, das bedeutet, ihr besorgt euch Helm, Rüstung, Armband mit 15% Feuerdev. Je nachdem geht vielleicht auch 10%. Je nachdem, was ihr für eine Klasse spielt. Waffensucher ist einfacher. Braucht nicht so viel wie zum Beispiel Endkörperkrieger. Ihr besorgt euch die Bambusschuhe und die Holzhalskette. Die muss nicht plus 9 sein. Die kann auch plus 6, plus 7 sein mit ein bisschen TP und fertig. Und zusätzlich besorgt ihr euch Kostüme, entweder im Itemshop oder von anderen Spielern. Auch hier können sowohl in der Frisur, ich nenne das immer Kopf, einfach 15% sein. Und im Körper, so nenne ich das, auch 15%. Sagen wir mal, ihr habt hier schon 30%. Hier kommt ihr auf 10, 10, 10. Sind schon 65. Hier habt ihr 5. Hier habt ihr 5. Schon habt ihr 75%. Das ist mehr als genug. Dann könnt ihr also mit eurem Main ins ST2 bzw. ST3. Und dort könnt ihr leveln bis Level 75. Fertig. Nicht bis 70, nicht bis 60. Bis Level 75 müsst ihr dort durchleveln. Und dann habt ihr die erste Hürde geschafft. Jetzt sagen wir mal, ihr habt Level 75 erreicht. Leider seid ihr noch nicht durch. Das ist erst die erste kleine Hürde. Viele beschweren sich dann immer und bla bla bla. Ihr müsst da nun mal einfach durch. Ich sag's euch so wie es ist. Ihr könnt nicht dann anfangen zu farmen oder so. Ihr seid noch lange nicht durch. Es geht weiter. Ihr müsst weiterleveln. Ihr könnt nicht 75 bleiben. Früher war Level 75 etwas heftiges. Heutzutage zählt Level 75 noch. Auch wenn es sich komisch anhört. Zum Low Level. Wenn ihr Level 75 erreicht habt. Nehmt ihr euer gesamtes Feuer-Dev-EQ. Ihr nehmt die Rüstung, Helm, Armband, Schuhe, Kette und so weiter. Ihr verkauft das. Genauso wie eure Kostüme. Könnt ihr auch loswerden, wenn die noch nicht abgelaufen sind. Ihr verkauft das. Und als nächstes braucht ihr für die Grotte 2 Blitz-Dev und Teufel. So viel wie möglich. Dieses Mal könnt ihr nicht so, ja mal 10, mal 15. Ihr braucht überall 15% Blitz-Dev. Ganz, ganz wichtig. Kleiner Tipp. Ihr könnt auf C drücken und dann hier auf Details. Da könnt ihr genau sehen, wie viel ihr habt. Dann müsst ihr nicht immer alles nochmal selber nachrechnen. Hier könnt ihr eure ganzen Boni zusammen addiert einmal betrachten. Ich habe jetzt 57% Teufel. In der Grotte braucht ihr am besten überall 15%. Was Blitz-Dev angeht und Teufel ist zweitrangig, aber auch Teufel braucht ihr, ansonsten macht ihr zu wenig Schaden. Alles andere ist nicht so relevant. TP ist natürlich immer gut, sollte man auch haben. Die anderen Sachen ablocken, TP-Absorb, Pfeilangriff ausweichen und so weiter. Das ist alles nur ein Bonus, aber ist keine Pflicht. Blitz und Teufel müsst ihr euch besorgen, so viel wie möglich. Bevor auch das falsch gemacht wird, tut euch selbst den Gefallen, spart. Baut nicht legendäre Alchemie ein. Die hilft euch nur im Low-Level-Bereich etwas. Die legendäre Alchemie ist einfach deutlich schlechter als die mythische Alchemie. Legendäre Alchemie könnt ihr höchstens einbauen bei einem Low-Level-Farmer, der beispielsweise nur OTM, Map 2, was auch immer, farmen soll und der wird nie im High-Level-Bereich sein. Da könnt ihr das machen, ansonsten müsst ihr auf mythische Alchemie sparen. Braucht ihr einen gesamten mythischen Alchiring, um in der Grotte leveln zu können? Nein. Was ihr braucht, ist der hier, der mythische Granat. Das ist auch so gut wie der günstigste Alchemie-Stein. Nach dem Saphir müsste der hier kommen. Der ist echt nicht teuer. Und im... Scheiße, ich habe den Plus Null aus Versehen eingebaut, aber ihr seht, ich habe selbst mit einem Plus Nuller-Stein easy durchgezogen bis hierhin. Plus Vier wäre der nochmal viel, viel besser gewesen. Ihr braucht einen mythischen Drachengranat, denn wenn ihr den habt, bekommt ihr nochmal Blitzwiderstand, wie ihr sehen könnt, und Kraft der Blitze. Kraft der Blitze, hier steht zwar nur 4%, aber das wird euren Damage in die Höhe schießen. Mit dem macht ihr viel, viel mehr Schaden. Den solltet ihr haben. Ihr müsst nicht zwingend einen Rubin haben oder was auch immer. Ihr braucht dringend diesen Granat für Blitzwiderstand und Kraft der Blitze. Der Rubin ist teuer. Den werdet ihr euch erstmal nicht leisten können. Vor allem ein Perfekter ist sehr, sehr teuer. Ihr braucht den aber auch, wie gesagt, wirklich nicht zwingend. Es reicht, wenn ihr einen Granat habt. Ich hatte auch nur einen Granat und einen Onix, den ich auch aus Versehen plus 3 eingebaut habe, der nicht perfekt gewesen ist. Das hat gereicht. Damit habe ich entspannt bis Level 95 gezogen. Also. Wenn ihr beispielsweise Level 75 erreicht habt und ihr habt noch nicht Blitzdef-EQ, ihr habt noch nicht den Granat und so weiter, dann müsst ihr eben mit euren Core-Farmern weitermachen. Vielleicht mit einem Core-Farmer Map 2, OTM, Eisland, Wüste, was auch immer, müsst ihr weiterfarmen. So lange, bis ihr den mythischen Granat am besten habt und Blitzdef-EQ und dann mit Level 75 geht ihr in die Grotte. Und in der Grotte bleibt ihr nicht bis Level 90, macht das nicht. Ich selbst habe auch schon einmal den Fehler auf Teutonia gemacht, als ich zum allerersten Mal in den High-Level-Bereich gekommen bin. Bin ich mit Level 90 raus aus der Grotte gegangen, weil ich mir dachte, ja, ich kann ja Farmen auf der Level 90er Map und dann Level 95 erreichen. Es dauert ewig, 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 ewig. Außerdem sind die Level 90er Maps extrem überfarmt. Da gibt es beispielsweise die Donnerberge ab Level 90, könnt ihr hier dann farmen. Macht es nicht. Levelt direkt auf 95 durch. Ihr habt ja gerade euer Blitzdef-EQ fertig. Ihr habt schon den Granat eventuell eingebaut. Ihr habt die Kostüme, die sonst ablaufen würden. Tut euch selbst den Gefallen, levelt einfach durch bis Level 95 und danach könnt ihr farmen wie der Teufel. Nicht vorher. Arschbacken zusammenkneifen, auf Level 95 leveln und dann könnt ihr die Grotte verlassen und könnt sagen, diesen teuflischen Ort werde ich nicht mehr betreten. So wie ich es auch gesagt habe, den werde ich nicht mehr betreten. Jedenfalls nicht zum Leveln. Und wenn ihr dann 95 erreicht habt, ab da wird das Ganze entspannter. Ja, ihr müsst immer noch eure Core Farmer durchziehen. Ja, ihr müsst immer noch euer Pferd weiter leveln. Auch wenn ihr einen Kampfgaul habt, müsst ihr weitermachen. Euer Pferd auf Militärgaul leveln. Damit ihr die Pferdefertigkeiten, wie ihr sehen könnt, freischaltet. Die sind sehr wichtig beim Farm. Denn ansonsten blockieren euch die Mobs. Ihr kommt nicht vorbei. Es macht einfach keinen Spaß ohne diese Reitfertigkeiten. Abgesehen davon bringt euch euer Pferd Statuspunkte. Je höher euer Pferdelevel ist, umso mehr Statuspunkte bekommt ihr. Ihr seht gerade, ich habe 22 Decks. Und sobald ich auf mein Reittier gehe, nicht auf mein Pferd, sondern auf mein Money, erhöhen sich trotzdem die Statuswerte. Ihr müsst nicht euer Militärgaul, Kampfgaul, was auch immer benutzen. Ihr könnt ganz normal euer Mount benutzen. Trotzdem profitiert ihr von der Erhöhung der Statuspunkte. Also macht das trotzdem. Ganz, ganz wichtig. Ja und ihr müsst trotzdem das Fischer Event durchziehen. Wenn ihr könnt, das Angel Event, eure Core Farmer weiterhin machen. Ich mache die auch jetzt mit Level 108. Immer noch versuche ich sie jeden Tag zu machen, die Core Farmer. Denn da kommt viel Geld zusammen. Aber mit Level 95 könnt ihr dann auf den verschiedenen Level 90er Maps farmen. Ich werde jetzt nicht so besonders darauf eingehen, aber ich werde nochmal Tutorials zu jeder einzelnen Level 90er Map machen. Ihr braucht auf den 90er Maps verschiedene Elementarverteidigungen. Hier auf den Donnerbergen, an diesem Ort, wo ich gerade stehe, braucht ihr Blitz-Dev. Und da ihr sowieso schon Blitz-Dev habt, könnt ihr dann nach der Grotte eigentlich direkt hierher kommen und hier mal Methins weghauen. Von den Methins hier bekommt ihr natürlich wie immer FBs, den standardmäßigen Kram. Aber ihr bekommt auch Tapferkeitsumhänge in Massen, XP-Ringe, Seegies, grüne Drachenbohnen und die ganzen Event-Drops. Selbstverständlich. Also hier könnt ihr schon ein bisschen Kohle machen, aber der ganz große Jackpot sind nicht die 90er Maps, sondern die 95er Map. Der verwunschene Wald. Wer meinen Content beobachtet, wer meine Livestreams beobachtet, der hat schon gesehen. Verwunschener Wald, Level 95er Map und ich, wir sind so, wir sind Best Friends. Dort mache ich am Anfang immer mein Geld in Massen. Allerdings braucht ihr auf der 95er Map Wind-Dev. Nicht mehr Blitz-Dev, sondern Wind-Dev. Das bedeutet, ihr werdet dann, sobald ihr könnt, euer gesamtes Blitz-Dev-EQ nochmal verkaufen. Das braucht ihr erstmal nicht. Und dann geht ihr auf Wind-Dev. Nicht Wind-Dev und Teufel, sondern nur Wind-Dev. Wenn ihr nur farmen wollt, nur die Methins weghauen wollt, reicht euch Wind-Dev voll und ganz. Ihr braucht nicht zusätzlich Teufel, denn wenn die Methins down gehen, sterben auch die Mobs. Ihr müsst nicht extra die Mobs töten. Es reicht, wenn ihr Wind-Dev habt. Aber auch hier solltet ihr so viel Wind-Dev wie möglich zusammenbekommen, wenn ihr nicht gerade ein Waffensucher seid. Und je nachdem, ob ihr schon die Alchemie habt oder nicht, ist es dann mehr oder weniger. Aber gerade am Anfang mit Frisch-Level 95 solltet ihr so viel Wind-Dev wie möglich haben. Also wieder Helm, Rüstung, Armband jeweils 15, dann Schuhe plus 9, Kette plus 9 mit Wind-Dev. Dann habt ihr nochmal 20% und 30% in den Kostüm. Dann habt ihr genug, dann könnt ihr dort ganz entspannt farmen. Auf der Wind-Map werdet ihr nicht nur farmen, sondern ihr werdet gleichzeitig beim Farm leveln. Deswegen liebe ich diese Map, weil ihr da 2 in 1 macht. Ihr levelt, indem ihr einfach die Methins weghaut und farmt. Von Level 95 bis, sagen wir mal, Level 105 wird so hier sein. Zack, wie ein Fingerschnipsen. Ganz easy, indem ihr einfach nur ein paar Methins wegkloppt, werdet ihr ohne Probleme Level 105 erreichen. Danach zieht es sich ein kleines, kleines bisschen länger. Und ihr braucht ein bisschen länger, bis ihr dann Level 110 erreicht. Aber ihr müsst nicht aktiv leveln, ihr könnt einfach weiter farmen. Ihr habt es auch nicht eilig. Ihr könnt dann erstmal in dem Level-Bereich bleiben. Die Methins wegkloppen, ganz entspannt farmen, Geld machen, euer IQ verbessern. Ihr müsst nicht auf Krampf weiter leveln. Ihr seht ja, ich bin auch erst Level 108 und ich level nicht auf Krampf. Ich farme einfach nur. Das ist das, was ihr dann ebenfalls durchziehen werdet. Gut, wenn ihr an diesem Stand angekommen seid, den ich gerade beschrieben habe, dann kann ich euch erstmal gratulieren. Ab jetzt seid ihr für mich persönlich nicht mehr im Low-Level-Bereich, sondern im Mid-Level-Bereich. Das ist noch lange nicht der High-Level-Bereich, schon gar nicht der High-End-Bereich. Aber ihr seid jetzt so gesehen im Mid-Level-Bereich angekommen. Hier werdet ihr euch höchstwahrscheinlich am aller, aller längsten aufhalten. Hier werdet ihr die meiste Zeit verbringen. Das ist jetzt die Phase bei Metin 2, wo ihr einfach nur Stück für Stück euer IQ aufbauen müsst. Euer IQ, eure Alchemie, euer Pet, euer Band und so weiter und so fort. Natürlich die Biologie-Quests weitermachen, euer Pferd weiterleveln. Das ist auch der Standpunkt, an dem ich jetzt gerade aktuell selber bin. Der kann sich je nachdem über mehrere Monate bis vielleicht sogar Jahre ziehen bei dem einen oder anderen. Aber je nachdem wie viel Geld und auch Zeit man reinsteckt, kann das auch relativ schnell gehen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Bereich, wo dieser Feinschliff stattfindet. Ihr bereitet euch jetzt auf den High-Level-Bereich vor. Ihr verbessert alles Stück für Stück. Und farmt, ihr handelt, ihr nehmt an Events teil und so weiter. Einfach nur mit der Absicht langsam mehr TP zu haben, mehr Schaden zu machen, mehr Dev zu machen und so weiter und so fort. Alleine schon die Bio-Quests ziehen sich nun mal in die Länge. Ihr könnt nicht am Tag 500 Mal abgeben, ihr könnt nur einmal am Tag abgeben. Und die Bio-Quests sind ganz wichtig. Ohne die wird es ganz schwer im High-Level-Bereich sein, weil die euch extrem gute Boni bringen. Und deshalb bleibt ihr ganz lange in dieser Phase. Jetzt geht es natürlich darum, was soll ich denn zuerst verbessern? Da gehen die Meinungen ein kleines bisschen auseinander. Das ist immer situationsbedingt. Und ich würde mal sagen, da gibt es vielleicht auch nicht wirklich ein richtig und ein falsch. Ich kann euch nur sagen, was ich mache. Und wer Bock drauf hat, kann das genauso machen. Bei mir hat es immer gut funktioniert. Ich bin zufrieden damit. Ihr könnt es genauso machen, wenn ihr Bock habt. Also, ihr farmt dann erstmal und baut euch langsam euer EQ auf. Sodass ihr gut stehen könnt im Wald. Und dass ihr wenigstens, ihr müsst nicht super viel Schaden machen, aber ihr müsst den Metin packen. Selbst wenn ihr eine halbe Stunde braucht, egal, Hauptsache ich packe den Metin. Dann wisst ihr, dass euer EQ an sich schon mal in Ordnung ist und dass es so bleiben kann. Dann kommt der teure Part. Ihr müsst nun leider nach und nach die Alchemie aufbauen. Den Granat habt ihr bereits, da ihr in der Grotte wart. Als nächstes könnt ihr euch diesen Jade besorgen. Denn er gibt euch Windwiderstand und er gibt euch Kraft des Windes. Natürlich auch sehr viel TP. Der wird euch extrem im Wald pushen. Eine extreme Hilfe. Und den kann ich euch empfehlen. Der ist auch nicht so teuer. Ihr müsst euch nicht den Perfekten holen. Ihr seht ja, ich selbst habe auch keinen Perfekten. Ich bin aber auch ein Waffensucher. Dürft ihr nicht vergessen. Als Körperkrieger darf man nicht so sparsam sein wie als Waffensucher. Der beste wäre natürlich mit TP, TP Prozentual und mit TP Absorb. Es geht aber auch einer mit TP wiederherstellen oder als Waffensucher auch nur Doppel-TP zum Beispiel. Wenn ihr den habt, würde ich sagen, besorgt ihr euch am besten danach den Rubin. Der wird teuer sein. Der Perfekte mit AW, DSS und Verteidigung wird verdammt teuer sein. Das ist leider so. Ihr müsst sparen, sparen, sparen. Es kann Monate dauern. Ihr müsst da durch. Wenn ihr den einmal habt, wird er extrem euren Damage pushen. Extrem ist kein Vergleich. Dieser Rubin ist wirklich ein Geschenk. Und wenn man die Alchemie einmal verstanden hat, dann sagt man, ey, ich liebe die Alchemie. Eigentlich ist es voll cool, dass sie dazugekommen ist. Es macht super viel Spaß. Wenn ihr die habt, wollt ihr die nicht mehr weggeben. Gut, ihr spart. Ihr besorgt euch irgendwann den Rubin. Es muss auch kein Perfekter sein. Es kann auch einer sein mit Angriffswert, DSS und DSS-Widerstand. Beispielsweise, wenn ihr Waffensucher seid, könnt ihr euch sogar richtig sparsam nur einen mit AW und DSS holen. Komplett ohne den defensiven Aspekt. Ist es zu empfehlen? Nein. Gerade beim Rubin würde ich nicht sparen, sondern mir den Perfekten holen, weil ihr den sehr, sehr lange verwenden werdet. Danach baut ihr euch beispielsweise den Dia und den Saphir ein. Ihr braucht alle sechs, den siebten, den Amethyst, braucht ihr nicht, um den Ringbonus zu erhalten. Ihr seht, wenn ich jetzt aktiviere, kommt nochmal dazu in gelb der Ringbonus. Das heißt, es kommt nochmal oben drauf, sobald ich anschalte, etwas, sobald ihr alle sechs in mythisch habt. Ist egal, ob ihr einen aus Versehen plus null eingebaut habt, so wie ich. Hauptsache, die sind alle mythisch. Keiner ist antik, legendär, was auch immer. Die müssen alle mythisch sein. Dann bekommt ihr den Ringbonus. Und sobald ihr die Alchemie geschafft habt, könnt ihr entspannen. Der teuerste Part ist geschafft. Jetzt könnt ihr chillen, runterkommen, könnt entspannt farmen. Und dann geht es in Richtung Damage-EQ. Eure Jungheldenwaffe wird irgendwann mal ablaufen. Das ist leider so. Und deswegen teilt ihr euch die Jungheldenwaffe gut ein. Ihr holt nicht direkt die Level 70er Jungheldenwaffe ab, wenn ihr Level 70 erreicht habt. Nein. Ihr behaltet am besten sogar die Level 50er Jungheldenwaffe so lange, bis sie abläuft. Und ihr holt euch dann erst die Level 60er Jungheldenwaffe. Die behaltet ihr so lange, bis sie abgelaufen ist. Nach 15 Tagen holt ihr euch die 70er Jungheldenwaffe. Und wichtig ist, ihr müsst dann schnell leveln. Wenn ihr am Ende mit Level 80 rumsteht und sagt, ja, meine Jungheldenwaffe ist abgelaufen, was mache ich denn jetzt? Dann habt ihr eine Arschkarte. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten, ich habe keine Waffe mehr, was mache ich denn jetzt? Remi, hast du mal eine Waffe für mich? Nein, ich kann nicht 100 Leuten eine Waffe geben. Selbstverständlich. Ihr müsst mit der Jungheldenwaffe so schnell wie möglich in der Grotte durchleveln. Ich selber habe von Level 75 auf 95 in der Grotte 2 drei Tage gebraucht. Drei komplette Tage. Über Nacht Autojagd laufen lassen. Tagsüber aktiv leveln. Entweder alleine oder mit anderen Leuten zusammen in der Chucky-Kammer. Mit einem Buch des Anführers Plus geht das viel, viel schneller. Ihr bekommt dann alle einen saftigen XP-Bonus. Ich habe es fast alles komplett alleine gemacht und ich habe drei Tage gebraucht. Ich würde sagen, ich bin aber etwas schneller als der Durchschnitt. Der Durchschnitt sollte so bei sieben Tagen auf dem Server Emerald liegen. Denn ihr könnt euch ab Level 50 bei Uriel den XP-Bonus abholen. Und auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, mein Fehler. Ab Level 50 könnt ihr euch so oft wie ihr wollt bei Uriel den XP-Bonus abholen. Und der gibt euch drei Stunden lang, je nachdem welches Level ihr habt, einen XP-Bonus. Bei mir ist es beispielsweise 100%. Ich bekomme drei Stunden lang 100% XP-Bonus. Sobald das abgelaufen ist, kann ich wieder zu Uriel laufen, kriege ich wieder den XP-Bonus. Das ist auf Emerald, während es beispielsweise auf Teutonia nicht so ist. Allein dadurch werdet ihr schon viel schneller leveln. Hinzu kommt, dass wir natürlich durch die Meilensteine eigentlich permanent 200% XP-Bonus zusätzlich haben. Das macht das Level nochmal viel schneller. Die Kostüm-Sets geben euch einen Bonus. Sobald ihr Kopf, Körper und vielleicht noch einen Push-Ring habt, eine Helden-Medaille, geben euch manche Kostüm-Sets auch nochmal 100% XP-Bonus obendrauf. Also Jabi-Krebse, XP-Ringe. In der Grotte könnt ihr euch ruhig einen Item-Shop XP-Ring auch besorgen. Ich habe ja vorher gesagt, der ist zu teuer. In der Grotte könnt ihr euch den holen. Eine Woche lang, sieben Tage, ballert ihr durch. Da merkt ihr den. Genauso könnt ihr euch XP-Ringe aus den Fisch-Truhen holen. Die geben euch nochmal 50%. Der landet dann oben und nicht im Inventar-Slot. Tränke der Weisheit, die hebt ihr euch auf. Ganz wichtig. Die Tränke der Weisheit, die ihr aus den Junghelden-Truhen bekommt, die ihr da rausbekommt, die benutzt ihr nicht sofort. Ihr hebt die euch auf. Für die Zeit, wenn ihr in der Grotte auf Krampf durchballern wollt. Ihr seht, ich habe die immer noch. Ich habe immer noch zwei Tränke übrig. Die geben 100% und die landen hier oben. Hätte ich auch in der Grotte benutzen können, aber ich dachte mir, ich hebe die mir auf für Champion-Level. Ja, das ist der Ablauf. Und so zieht ihr erstmal durch. Jetzt sagen wir mal, eure Junghelden-Waffe ist abgelaufen. Was macht ihr dann? Jetzt habt ihr entweder die Wahl. Wenn ihr noch nicht Level 105 seid, müsst ihr euch einen Gifty-Plus-9 besorgen. Es muss nichts Besonderes sein. 30 DSS, das reicht. Es muss nicht direkt 50 DSS haben. 8% stark gegen Metin. Zusätzlich noch 50 AW. Und 10 Boni anstelle von 7. Einfach nur 30% DSS gut ist. Ansonsten, wenn ihr schon Level 105 erreicht habt, könnt ihr euch auch eine Zodiac-Klinge besorgen. Die plus 8 mit 35 DSS. Ja, macht wahrscheinlich so viel Schaden wie ein Gifty-Plus-9 mit 40 DSS oder so. Ist wahrscheinlich gleichwertig. Könnt ihr euch auch besorgen. Müsst ihr einfach gucken. Preis-Leistung. Was ist günstiger? Wo kriege ich das meiste für mein Geld? Aber ihr besorgt euch kein VMS. Ihr besorgt euch keine Rack. Besorgt euch entweder ein Gifty oder die Zodiac-Waffe. Also Zodiac-Schwert, Zodiac-Klinge, Zodiac-Dolch. Was auch immer. Was ihr für eine Klasse spielt. Besorgt ihr euch 75er-Waffe oder 105er-Waffe. Und dann geht es darum, so viel Damage-EQ wie möglich aufzubauen. Es gibt viele verschiedene Varianten, wie ihr euren Damage erhöhen könnt. Feuer, Schuhe geben euch stark gegen Monster. Smaragd-O-Ringe geben DSS. Der Level 100er-Helm gibt euch Magie-Nahkampf-Angriff. Das erhöht alles euren Schaden. Push-Ringe, beispielsweise aus den Fischtruhen, geben euch Schaden. Ein Band. Das muss auch nichts Besonderes sein. Ihr seht, mein Band ist Crap. Hat ein bisschen AW. Hat 5% DSS. Das Ding kriegt ihr auch für ein paar Wonnen. 4, 5 Wonnen. Das sind 2, höchstens 3 antike Rubine. Also 2, 3 Wochen. Dann habt ihr das Ding. Wenn es schlecht läuft sogar. Wenn es gut läuft. Vielleicht sogar in einer Woche. Wer weiß. Wenn ihr die Core-Farma gut durchzieht. Besorgt ihr euch das Ding. Das wird auch euren Schaden pushen. Und natürlich könnt ihr auch in euer Waffenkostüm. Beispielsweise 12 in. 12 Stärke. Was auch immer einbauen. Dann macht ihr auch noch mal mehr Schaden. Ihr habt ein Money. Was euch natürlich mehr Schaden bringt. Ihr könnt euch auch einen Kriegskailer holen. Der bringt 20% Monster anstelle von 15. Money drauf projizieren. Zack. Schon habt ihr einen Kriegskailer. Was aussieht wie ein Money. Ihr habt also dann die Geschwindigkeit. Und ihr habt den Schaden vom Kriegskailer. Und genauso braucht ihr Pets. Ganz wichtig. Porky oder Khan. So früh wie möglich. So früh wie möglich. Ihr bekommt ja aus den Meilensteinen. Die Welpenboxen. Ich habe bei ganz vielen Leuten gehört. Dass sie direkt von den drei Truhen. Ein Porky oder ein Khan bekommen haben. Ich selbst. War auch einer der glücklichen. Direkt am Anfang des Servers. Zack. Habe ich meinen Porky gezogen. Die Dinge halten 120 Tage. Sind knapp. Ja sind 4 Monate. Könnte man sagen. Und die pushen euch extrem. Die geben TP. Und sehr viel Schaden. Ihr braucht das Ding. Öffnet Welpenboxen. Auch wenn ihr 100 Stück öffnen müsst. Öffnet Welpenboxen. Ihr braucht ein Porky oder einen Khan. Zusätzlich braucht ihr natürlich ein levelbares Pad. Am Anfang braucht ihr nichts besonderes. Da reicht es wenn ihr euch einen Affen besorgt. Einfach nur damit er euch ein bisschen TP und Def bringt. Oder auch eine Spinne. Das hier ist beispielsweise eine Spinne. Habt ihr jetzt ein bisschen hochgelevelt. Und ihr seht. 10,5% TP. 7,1% Verteidigung. Das hat mich schon extrem gepusht. Ist egal ob es ein Affe ist. Ob es so eine Big Booty Spinne ist. Hauptsache. Ihr nehmt ein bisschen diese Statuswerte mit. Ist auch scheißegal. Typ 1. Typ 6. Das Ding werdet ihr eh nicht lange benutzen. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Statuswerte. Macht euch das Leveln in der Grotte viel einfacher. Ihr braucht so ein Ding. Levelt euer Pad hoch. Ich werde nochmal vor allem auf TikTok ein Video dazu machen. Nochmal für alle die die ganzen neuen Sachen nicht kennen. Wie Alchemie, Pads. Alles was es da gibt. Alle Sachen die neu sind. Guckt mal auf TikTok vorbei. TikTok ist verlinkt unter diesem Video. Dort habe ich eine Tutorial Playlist. Die könnt ihr euch der Reihe nach einfach angucken. Dann checkt ihr alles was neu gekommen ist in den letzten paar Jahren. Das kann ich nicht alles in dieses Video reinpacken. Ihr seht das Video hat schon eine gewisse Länge. Guckt einfach mal bei TikTok rein. Die Videos haben meistens nur 30 bis 60 Sekunden Länge. Vielleicht mal 1-2 Minuten. Alles leicht und verständlich erklärt. Und dann seid ihr fit und checkt was alles hier so neu ist. Und alles kein Thema. Also einfach mal bei TikTok vorbeigucken. Tut euch selbst den Gefallen. Wird euch mit Garantie helfen. Ist einfacher als hier auf YouTube 50 Videos zu gucken. Die alle jeweils 10, 15, 20 Minuten lang sind. Auf TikTok halbe Stunde. Habt ihr die ganze Playlist durch. Habt alle Themen gecheckt. Und dann könnt ihr eurem Vieh auch Fertigkeiten beibringen. Und dann könnt ihr eurem Vieh auch Fertigkeiten beibringen. Ganz wichtig Berserker. Ihr seht ist eine Crap Spinne. Klar die ist Typ 6. Hat schon ein gutes Level. Aber ist eine Crap Spinne. Und die gibt mir 7% Magie Nahkampfangriff. 7% guter Schaden. Ihr baut also Berserker in euer Pad ein. Und genauso könnt ihr auch Young Drop einbauen. Ist nicht teuer. Und ihr bekommt mehr Young. Kann ich auch jedem empfehlen. Falls ihr nur 1 Skill Slot habt. Nur Berserker. Falls ihr 2 habt. Baut ihr eben Young Drop rein. Und dann könnt ihr euren Affen. Eure Spinne. Was auch immer ihr da gezogen habt. Eine Weile benutzen. Macht ein bisschen mehr Damage. Und irgendwann mal geht es dann in Richtung Rasador. Ich habe meinen hier Junior getauft. Der ist erst Level 71. Ist auch erst 12 Tage alt. Ist auch nur Typ 1. Ist totaler Schrott. Aber irgendwann muss er Level 80 sein. 30 Tage alt sein. Und dann werde ich dem die Damage Skills beibringen. Ganz wichtig. Berserker. Monster Jäger. Drill. Das sind die 3 Damage Skills. Die sind wichtig um das meiste vom Schaden rauszuholen. Diese 3 Skills werdet ihr dann einbauen. Es ist erstmal scheißegal welchen Typ euer Pad hat. Hauptsache 3 Fertigkeiten. Wenn euer Rasador nur 1 Fertigkeit hat. Oder 2. Scheiße. Müsst ihr verkaufen. Wegwerfen. Was auch immer. Braucht ihr ein neues Pad. Hauptsache 3 Fertigkeiten. Im allerschlimmsten Fall gehen auch 2 Fertigkeiten. Dann baut ihr halt nur Berserker und Monster Jäger ein. Und Drill nicht. Aber am besten wäre natürlich Monster. Berserker, Drill. Denn ihr werdet euer Pad sehr sehr lange benutzen. Da lohnt es sich ein bisschen Geld zu investieren. Und das wird euren Schaden auch enorm erhöhen. Es geht also erstmal danach darum. So viel Schaden wie möglich im Wald zu machen. Denn logisch denken. Mehr Schaden im Wald bedeutet Metins schneller weghauen. Bedeutet in einer Stunde könnt ihr mehr Metins weghauen. Bedeutet in einer Stunde macht ihr mehr Young. In einer Stunde macht ihr mehr von den Event Drops. Und so weiter. Der Wald ist ganz cool. Weil ihr dort die Event Drops ausnutzen könnt. Auf Emeralds sind tägliche Events. Jeden Tag. Immer durchgehend. Ich weiß nicht was jetzt gerade läuft. Vielleicht Exos oder so. Aber ihr bekommt dann immer von Metins in eurem Levelbereich die Event Drops. Sagen wir mal jetzt gerade sind Exos da. Bekommt ihr von Metins mit plus minus 5 Level Differenz maximal die Event Drops. Im Wald aber sieht es anders aus. Nur im Wald. Nicht auf anderen Maps. Dürft ihr 15 Level Unterschied haben zu den Metins. Das bedeutet. Ihr dürft Level 115 sein. Und der Metin ist Level 100. Dann bekommt ihr immer noch Event Drops. Mit Level 116 nicht mehr. Deswegen geht ihr erstmal maximal auf Level 115. So werde ich das auch machen. Damit ihr von den 100er Metins und den 120er Metins immer noch die Event Drops bekommt. Um von den 120er Metins die Event Drops zu bekommen. Müsst ihr logischerweise Level 105 sein. Das heißt ab Level 105 könnt ihr beide Metins wegkloppen und die Event Drops bekommen. Deswegen kann ich euch raten so schnell wie möglich auf Level 105 zu gehen. Und nicht Level 95 zu bleiben. Aber ihr werdet das automatisch erreichen indem ihr einfach nur farmt. Am Anfang haut ihr lieber die 100er Metins weg bei Events. Denn von den 120ern bekommt ihr eh keine Event Drops. Und ihr werdet zu lange brauchen um die Downs zu bekommen. Sobald ihr Level 105 erreicht habt könnt ihr auch die 120er Metins weghauen. Und das ist erstmal the way to go. Das macht ihr ganz lange bis euer Damage sich erhöht. Von 10k Crit auf 20k Crit auf 30k Crit auf 40k Crit. Wer weiß. Ihr müsst euren Damage erhöhen. Und dann könnt ihr nebenbei natürlich mit euren Kumpels, mit der Gilde, was auch immer. Oder alleine wenn ihr mehrere Accounts habt immer schön die Bosse farmen. Es gibt den Rasador, den könnt ihr farmen. Könnt ihr Rasador Truhen verkaufen. Es gibt Nemre, könnt ihr farmen. Die Nemre Truhen verkaufen. Es gibt den Drachen. Die Truhen könnt ihr verkaufen. Es gibt den Jotun. Den muss man in einer 5er Gruppe weghauen. Das werden wir auch bald machen. Im Wald kann man auch sehr viel Geld machen. Und es gibt natürlich auch die Hydra. Wenn ihr beispielsweise ein Ninja seid, dann könnt ihr euch auf die Hydra spezialisieren und nicht auf den Wald unbedingt. Macht so viel Schaden wie möglich für Solo oder Duo Hydra und versucht dann dort euer Geld zu machen. Wenn ihr ein Waffensucher seid, wie ich, könnt ihr euch beispielsweise auch auf den Zodiak Tempel spezialisieren. Ich werde jetzt hier alles nochmal ganz kurz ansprechen, aber ihr wisst, ich kann nicht ins Detail gehen. Würde den Rahmen sprengen. Könnt ihr beispielsweise im Zodiak Tempel als Waffensucher euer Geld machen. Ja, als Körperkrieger könnt ihr den Rasador ganz unbeschwert wegballern, weil ihr euch eh genug Schaden macht oder so. Easy. Ihr plus eure Buff Shami. Knallt ihr den Rasador ohne Probleme weg. Könnt ihr dort viel Kohle machen. Beim Nemre braucht man leider eine Shami und Ninja, deswegen ist es ein bisschen komplizierter, wenn man nicht gerade drei Accounts hat oder wenn man Kollegen hat, mit denen man das machen kann. Aber ihr sucht euch dann irgendetwas raus, auf das ihr euch spezialisiert. Entweder der Wald. Ich selbst habe mich jetzt auf den Wald spezialisiert. Ich farme dort, mache dort mein Geld. Oder es ist die Hydra. Oder es ist der Zodiak Tempel. Oder es ist Rasador, Nemre, Jotun, der Drache. Ihr macht euch einen Drachenfarmer, was auch immer. Ihr spezialisiert euch auf irgendetwas und dort werdet ihr dann euer Geld machen, euer EQ verbessern, euren Damage erhöhen, langsam weiterleveln. Und dann habt ihr irgendwann mal Level 120 erreicht. Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr in den Champion Level wechseln könnt. Dann steht hier eben diese 1, die leuchtende hellblaue Level 1 für Champion Level. Und ab da könnt ihr Yohara die High Level Map betreten. Ab da, Glückwunsch, habt ihr das High Level erreicht. Jetzt seid ihr nicht mehr im Mid Level, sondern im High Level auf Yohara. Da werden die Karten nochmal komplett neu gemischt. Ihr braucht ganz andere Boni, ihr braucht anderes EQ. Ihr müsst euch komplett nochmal umstellen. Das ist erstmal was für die Zukunft. Das ist noch sehr weit weg. Aber dass ihr es schon mal gehört habt, dass das, was als nächstes kommt, Yohara. Wenn ihr nicht gerade ein Ninja seid, der auf Yohara einfach nur krass verprügelt wird. Wenn ihr ein Körperkrieger seid, ein Waffensucher oder so, dann könnt ihr auch auf Yohara Gas geben, dort viel Kohle machen. Eventuell auch als Drachenschami oder so. Aber das ist ein Fall für ein neues Video. Das wird beim nächsten Mal kommen. Da dieses Video sehr, sehr lang gewesen ist, fasse ich noch einmal kurz und knapp zusammen für euch. Denn die meisten haben vielleicht schon wieder vergessen. Ansonsten guckt euch natürlich gerne dieses Video an. Immer an der jeweiligen Stelle, an der ihr gerade seid. Damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Am Anfang, auf Level 30 Leveln, Events mitnehmen, Alchemie machen, Core Farmer machen und so weiter. EQ aufbauen. Dann SD2, SD3 mit Feuerdeffeln bis 75. Direkt hinterher, ihr könnt dann nicht chillen, ihr könnt nicht farmen. Direkt hinterher, Grotte 2 bis Level 95 Leveln. Mit Blitzdeff, mit Stark gegen Teufel und mit einem mythischen Granat. Danach kommt der Wald. Dort könnt ihr farmen, mit Winddeff, eventuell ein bisschen Stark gegen Teufel. Muss aber nicht. Und dort werdet ihr viel Kohle machen. Das, genau diese vier Schritte, das ist diese rote Linie, die sich durch Metin 2 zieht. Jeder macht das. Das ist der Weg. Ihr macht nichts anders. Ihr könnt keine Abkürzungen nehmen. Es gibt da keine Tricks. Es gibt keine Magie. Ihr müsst diesen Weg gehen. Ansonsten könnt ihr einfach nur im Low Level Bereich bleiben. Einfach nur Map 1 farmen, Map 2 farmen, OTM farmen. Ja, okay, kann man machen, aber ihr werdet da nicht vorankommen. Es wird sich in die Länge ziehen. Außerdem sind diese Maps sehr, sehr überfarmt. Ist nicht zu empfehlen. Und macht das lieber nicht. Macht genauso diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen helfen. Wenn euch diese Art von Videos, von Guides, Tutorials, was auch immer gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, wenn ihr ein Like unten dalasst, ein Daumen hoch, ein Abo dalasst, was auch immer. Gerne auf Twitch kommen, supporten. Kommt auf den Discord-Server. Dort beantworte sowohl ich als auch die Community. Auch die Fragen findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ist alles verlinkt. Wenn ihr noch keinen Account habt, benutzt gerne meinen Link. Würde ich mich freuen. Damit supportet ihr mich völlig kostenlos. Und ansonsten bin ich offen für weitere Video-Ideen. Schreibt gerne in die Kommentare rein. Ich habe ja vor, auch nochmal spezielle Farm-Guides dann für die verschiedenen Level 90er Map und sowas zu posten. Vielleicht auch irgendwelche Farm-Guides für die verschiedenen Bosse oder Runs oder so. Kommt alles noch. Ist alles noch was für die Zukunft. Aber für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Ende zugeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal, ihr Maschinen.